Neulich Manni, guck mal, was ist das? Ein Wielpferd, eine Seekuh oder gar der Ottifont? Ja, der hat ja kein Gewissen! Wäre das bisschen interessant? Ich zog mich an und ging und weinte auf dem Weg noch aus Meine Frau sagt, ist was? Du siehst so traurig aus Und immer, wenn mein Frau sagt, ist was? Dann tue ich das, dann lässt sich was Neulich war ich in dem Hosenladen Denn ein Mann muss ne Hose haben Abweich zu lang und häng geholt ein Schritt zu kurz und klein Du zwick mich zweier in die größten Jeans hinein Das trinkt man heute so, aber wenn sie nicht gefällt Dann nehmen wir ihm was vom Fiss aus dem vier-Personen-Zelt Unter Schmerzen und kaum Atmen gehe ich vorsichtig nach Haus Ich trag die Hose heute noch Ich komm ja nicht mehr raus Ich geh immer voll und sehe und den ganzen Kerl Ich hieß damals der Panther bei Jungs im Fall Und immer, wenn mein Frau sagt, ist was? Dann tue ich das Dann tue ich das, dann lässt sich was Immer, wenn mein Frau sagt, ist was? Dann tue ich das, dann lässt sich was Ja, der hat einfach kackt, der hat Ja, der hat einfach kackt Ja, der hat einfach kackt Ich bin, wenn mein Frau sagt, ist es Und dann tue ich das, dann tue ich das